Aufgrund des Spielverlaufs sollte es 4-2 stehen, aber es steht 5-1 für die Wiener. Es ist ein unglaubliches Fußballspiel, das kann ich Ihnen versichern. Die Hartberger, die Chance um Chance haben und die Wiener, die eigentlich hier nicht gut spielt. Es ist kaum zu glauben, führt aber mit 5-1 Öztürk mit einer weiteren tollen Vorlage und wieder Osman Potzkurt, der hier erneut netzt. Jetzt, unfassbarer Spielverlauf in Hartberg, 5-1 für die Wiener, 72. Minute, der dritte Treffer von Potzkurt an diesem Abend.